Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um den aktuellen Drittligaspieltag und ich möchte mal über so ein paar Entwicklungen sprechen, die mir jetzt so in den letzten Wochen aufgefallen sind bei unterschiedlichen Vereinen. Von daher würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Partie an. Ingolstadt gegen RWE am Ende ein 2 zu 2, das für Ingolstadt wirklich absolut glücklich war. Am Ende knapp ein Expected Goalswert von circa 0,4 zu 2,5. Also RWE klar die bessere Mannschaft gewesen, sich die deutlich besseren Chancen erspielt. Aber, und das ist einfach das Problem, was man aktuell bei Rot-Weiß sieht, sie bekommen einfach viel zu einfach die Gegentore. Das eine in der Halbfeldflanke auf Lorenz, die der dann reinköpft. Und dann ja ein Weitschuss einfach, bei dem Besuschkopf Alonso auswackelt und dann ins lange Eck, beziehungsweise von ihm aus gesehen, linke Eck, dann den Schuss wunderbar platziert. Und ja, das ist einfach extrem bitter für RWE, die wirklich die deutlich bessere Mannschaft waren, die auch beispielsweise noch einen Pfostenschuss von Brumme hatten, die dann diese eine Riesenchance hatten von Wonic, als er alleine aus Tor zuläuft praktisch und dann ja einen viel zu schwachen Abschluss zeigt, musste einfach nur in sein kurzes Eck schieben. Also hatte da die Ecke offen, der Torwart hat es nicht besonders gut gemacht, aber stattdessen versucht er ins andere Eck zu schießen und klappt dann in dem Fall nicht. Und auch zum Schluss hatte Ars dann nochmal eine Riesenchance nach Vorlage von Wonic, als er den links am Pfosten vorbeischießt. Also RWE die klar bessere Mannschaft gewesen. Die sind bitter, dass man so ein Spiel hergibt, aber grundsätzlich finde ich trotzdem, dass man bei RWE fußballerisch eine deutliche Entwicklung sieht und dass sie jetzt wirklich deutlich besser reinkommen. Ich mache mir auch ehrlicherweise gar keine Gedanken, dass RWE da lange unten drin steckt. Die werden auf jeden Fall aufgrund der Qualität, die sie haben, dann auch im Ballbesitzspiel, werden wieder deutlich weiter nach oben reichen. Ich glaube persönlich nicht, dass es dann zu meinem prognostizierten Tipp von Platz 2 dann im Endeffekt reichen wird. Dafür sehe ich zu ähnliche Probleme wie auch schon in der Vorsaison und glaube einfach, dass man da nicht diese entscheidenden Punkte mehr holen kann als im Vorjahr. Dennoch denke ich, dass sie eine relativ sorgenfreie Saison spielen werden. Ingolstadt hingegen, die sind so in dem Trott der letzten Jahre wieder so ein bisschen gefangen, geben immer sehr, sehr viel Geld aus. Der Präsident hat jetzt auch schon verkünden lassen, dass man im nächsten Jahr, wenn man jetzt den Aufstieg nicht schaffen sollte, was ja schon wieder sehr stark danach aussieht, dass man dann deutlich sparen müsste. Und davon gehe ich auch aus, denn ja, die Mannschaft hat einfach, spielt einen sehr uninspirierten Fußball, egal welcher Trainer vor Ort ist. Ivo Grilic hat da wieder sehr viel Geld ausgegeben, wie er das in den letzten Jahren auch schon bei MSO Duisburg getan hat. Aber viel kommt aber einfach nicht rum. Und da tut mir die Trainerin Sabrina Wittmann auch leid, denn ich glaube, der Mannschaft kann man einfach gar nicht so viel Taktik sozusagen reinbuttern, bis die Mannschaft mal so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Die ist einfach nicht gut zusammengestellt. Zu langsame Spieler im Zentrum. Und ja, ich könnte ewig so weitermachen bei Ingolstadt. Von daher glaube ich, dass das einfach wieder so eine Saison zwischen Platz 13 bis Platz 8 irgendwo so wird. Und ja, man wird nicht allzu viel mit oben zu tun haben. Wo wir jetzt bei dem einen Spiel waren, bei dem eine Mannschaft einfach dann nicht genug Tore gemacht hat, beziehungsweise dann auch zu viel eigentlich kassiert hat, von dem, was sie zugelassen haben, sind wir dann bei einem Extrembeispiel, nämlich Bielefeld gegen 60 München. Das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie komplett absurd einfach diese Sportart Fußball ist. Eine Mannschaft versucht alles in dem Spiel, hat seine Chancen, lässt im Prinzip defensiv rein gar nicht zu. Und dann gibt es diesen einen Moment ganz, ganz kurz vor Schluss. Und dann ist einfach das Spiel verloren. Und ja, im Prinzip steht da im Ergebnis, die eine Mannschaft wäre besser gewesen als die andere, was inhaltlich einfach praktisch nicht stimmt. Aber es ist eben im Endeffekt dann auch ziemlich egal. Denn 60 München ohne Torschuss zuvor in der zweiten Halbzeit bekommt dann einen Fehlpass von Großer, der Russo nicht erreicht. Vielleicht Russo auch da mit einer komischen Reaktion. Irgendwie versucht er gar nicht so richtig an den Ball zu kommen. Fand ich sehr merkwürdig. Fand den Pass von Großer eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Und dann ist es Jakobsen, der das Ding aus knapp 60 Metern ins Tor schweißt. 60 München, also nachdem sie so ein ähnliches Tor kassiert haben bei Stuttgart 2, machen jetzt selbst so ein Tor. Und das war damit auch der Endstand. 60 München gewinnt dieses Spiel irgendwie, wie auch immer. Also es ist wirklich unglaublich, wie man teilweise Spiele gewinnt und umgekehrt, wie man sie verliert aus Bielefelder Sicht. Und ja, es war nicht verdient, aber 60 München hat es eben irgendwie geschafft, hinten die Null zu halten. Dann ist ja durch so auch so ein Zufallsprodukt, hat immer was möglich. Kerstin, für mich auch mit einer komischen Reaktion, bleibt da kurz stehen, um sich zu orientieren. Wäre er durchgelaufen, hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Aber ja, sehr, sehr unglücklich einfach gelaufen. Kann man keinem so richtig einen Vorwurf machen. Und ja, so absurd verliert man dann auch einfach mal Fußballspiele. Und im Prinzip war es auch so ein bisschen so, bei Dresden, die ja eigentlich genug Chancen hatten in dem Spiel, gerade auch über Standardsituationen, um das zweite Tor nachzulegen und damit dann auch den Deckel oder den Sack zuzumachen. Gegen Hansa Rostock, die ja auch weiterhin sieglos sind und gegen niemanden eigentlich ja beste Karten hatten, auch in so einem Derby dann zu Hause den nächsten großen Schritt Richtung Ausschied zu machen. Hat es dann aber verpasst. Und Rostock ist dann auch in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen. Hat sich dann den Ausgleich auch erarbeitet. Hatte danach auch nochmal ein, zwei Gelegenheiten, um möglicherweise sogar noch den Sieg zu schaffen. Aber ich glaube, das ist insgesamt durchaus kein so unverdientes Ergebnis. Also es gibt da Auswärtsmannschaften, die in der Vergangenheit deutlich unverdienter irgendwie Punkte geholt haben bei Dynamo Dresden. Und da denke ich, geht das schon grundsätzlich in Ordnung. Rostock ja so ein bisschen weiter damit auf der Stelle. Und ja, kann nicht so richtig zufrieden sein. Ich denke auch, dass da Bernd Hollerbach nicht mehr allzu lange Trainer sein wird. Ich glaube nicht, dass das noch besonders lange dauern wird. Den nächsten Trainer nach deren Werbenanlastung hat es jetzt auch wieder erwischt mit Uwe Koschinat beim VfL Osnabrück. Und ich glaube auch persönlich, dass es da ja einfach bei Hansa Rostock nicht mehr allzu lange dauern wird, bis während Hollerbach dann ersetzt wird. Dafür ist das einfach insgesamt auch zu unkreativ in seinem Spielsystem. Aber das habe ich auf diesem Kanal schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ja, und damit kommen wir auch schon zur zuvor angesprochenen Trainerentlastung. Nämlich Uwe Koschinat hat es jetzt erwischt. Der VfL Osnabrück nur auf Platz 16 nach sechs Spieltagen als Zweiliger Absteiger. Keine zufriedenstelle Entwicklung, vor allem fußballerisch ist es einfach das, was man, muss man auch ganz offen sagen, so erwarten konnte. Ich hatte es ja auch in meiner Saisonprognose das ein oder andere Mal erwähnt, dass man eben bei Uwe Koschinat keinen besonders kreativen Fußball erwarten kann, dass es da sehr viel auf die individuelle Qualität ankommt. Und er hat auch einfach nicht diese defensive Kompaktheit, die er in den Vorjahren im Prinzip ausgezeichnet hat, hat er nicht hinbekommen in Osnabrück, von Anfang an im Prinzip nicht. Und ja, damit war es dann offensiv auch insgesamt zu wenig. Man war zu sehr abhängig von Einzelaktionen und hat es damit auch einfach nicht geschafft, die Spiele so häufig auf die Seite zu bekommen, dass man eben regelmäßig Spiele gewinnen kann. Von daher für mich keine überraschende Entwicklung. Waldhof Mannheim hingegen mit einem ganz wichtigen Sieg natürlich jetzt das erste Spiel von Bernhard Trares als neuer Trainer, beziehungsweise neuer alter Trainer. Und ja, für die natürlich jetzt ganz wichtig, den ersten Sieg eingefahren zu haben, dass man jetzt fünf Punkte hat, dass man jetzt auf Höhe mit den ganzen anderen Teams ungefähr ist, die da unten aktuell mit dabei sind. Und ja, einfach ein Befreiungsschlag für Waldhof Mannheim. Mal schauen, was das in den nächsten Spielen so gibt. Und für den VfL Osnabrück wird es jetzt auch spannend. Die haben jetzt den Trainer entlassen. Der Interimstrainer wird, denke ich, mal erst mal übernehmen. Und dann geht es jetzt am kommenden Dienstag, geht es dann zu Hause gegen Pele Wollitz, ein altbekanntes Gesicht an der Bremer Brücke, der jetzt so richtig in Form gekommen ist nach dem souveränen 3-0-Sieg beim SC Verl. Jetzt ein 4-0-Sieg gegen den VfL Stuttgart 2. Also wer da 7-0-Tore aus den beiden Spielen prognostiziert hat, Hut ab, kann man da wirklich nur sagen. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man Kraus jetzt mit ins Spiel gebracht hat, dass der jetzt regelmäßig spielt. Der macht da ordentlich Dampf. Und auch Cigert schießt da absolut in Topform. Wenn man sich die Tore anschaut, waren die wirklich wunderbar auch herausgespielt. Generell, Cottbus ja auch schon in den ersten Spielen immer wieder mit guten Phasen. Gerade in Dresden ja auch, da im Prinzip bis zu dem Elfmeter, der für unnötig verursacht, damals von Bronichef, auch fußballerisch im Kurzpassspiel sehr, sehr stark gewesen. Und das hatten sie immer wieder in Phasen drin, konnten das aber nicht über 90 Minuten zeigen und haben das jetzt allerdings in den letzten beiden Spielen deutlich verbessert, auch gut im Umschaltspiel gewesen. Und sie haben wirklich eiskalt zugeschlagen, wunderbare Tore gemacht. Gerade dann auch das 3 zu 0 zum Beispiel, als da Bronichef dann bedient wird von Thiele am zweiten Pfosten. Also das funktioniert einfach gerade richtig gut bei Cottbus. Wenn sie so weitermachen, werden sie definitiv nichts mit unten zu tun haben. Aber man muss natürlich jetzt auch, ja, vorsichtig sein, denn es geht auch ganz schnell in diese Liga wieder in die andere Richtung, dass man auf einmal wieder nicht das Tor trifft oder unglücklich Spiele verliert. Aber auf jeden Fall ist das genau die Richtung, in die es gehen muss für Cottbus, dass man eben unangenehm zu spielen ist, dass man ein schnelles Umschaltspiel hat und so weiter und so fort. Und ja, das bringen sie gerade wirklich gut auf den Rasen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Partie in Osnabrück. Da ist wirklich alles offen. Und ja, bin wirklich gespannt, inwiefern Cottbus da in den kommenden Wochen an diese Leistung anknüpfen kann. Und das soll es dann jetzt auch mit dem Video und dem kurzen Recap des sechsten Spieltags der dritten Liga gewesen sein. Lasst mir sehr gerne eure Meinung und meine Kommentare dazu, den unterschiedlichen Vereinen, die ich angesprochen hatte und ja, was ich eurer Meinung nach sonst noch hätte erwähnen sollen. Ansonsten lasst doch gerne ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo für weitere Videos. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.